Achso, warte, 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 warte. Ja, Moment. Achso, das sind nur die Anzeigen. Wir müssen hier gucken, dass es unter Null ist. Also es ist kleiner als Null und größer als Null. X soll kleiner sein und Y soll Größe sein. So, jetzt habe ich es gerafft. Haha. Wir müssen erstmal gucken, dass wir... hier rüberkommen. So, stopp. Das muss aber... Oh, lol. Okay. Also X-Post soll kleiner werden. Hä? Hat er das nicht mehr... Moment mal. Ich dachte, der nimmt das noch, aber anscheinend nicht. Okay. Egal, machen wir so. Ich weiß noch nicht, ob das so hundertprozentig funktioniert. Müssen wir uns ein bisschen reinfuchsen. Stopp. So. Jetzt sind wir hier. Ich mache mal ein bisschen mehr, zur Sicherheit. 6. Das reicht schon mit der Dicke. Egal. Ähm... Jetzt müssten wir... Ja, das ist die Frage. Wir müssen ja... Die Y-Post, das Ding, müssten wir da unten hin bewegen. Das heißt, wenn er jetzt hier durchläuft, müsste er da rauskommen. Und dann müsste er wieder nach unten durchlaufen. Richtig? Shit. Stopp, 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 stopp. Ach, Kacke. Das müssten wir öfter machen. Das bedeutet... Im Prinzip die Variante. Ja, genau. So, Stopp. Können wir das Ding da hinsetzen und der Kram kommt da rein. Und dann müsste er eigentlich so durchmarschieren. Sollte hinhauen. So, wir sind immer noch da. Satan-Tag-Festung. Ja, genau. Start. Ich habe dir gesagt, dass du eine Pause machen sollst. Ich brauche hier mehr Zeit. Du bist nicht bereit. Aha. Für den Boss-Kampf. Lass mich einfach ein paar weitere Level programmieren. Ups. Nur ein Tippfehler. Hä, okay. Ja. Loll. Ah, halt. Was ist denn? Mehr Inhalt. Punkt Bild. Ja, genau. Äh, lol. Hä? Wie jetzt? Moment. Erstell-Map. Ja, genau. Mehr freundlicher Inhalt. Oh Mann. Ah, guck mal an. Das können wir. Oh. Stopp. S-Daten plus 25 möchte er haben. Und hier ist wahrscheinlich, äh, zurückgesetzt auf Null. Äh. Ja, Moment. Der ist hier auch falsch. Das heißt, der müsste da hin. Zack. Ach so, der will größer als 99 haben. Okay, dann machen wir das eben so. Ne, halt. Ah, ich hab's, glaub ich. Warte mal, da musst du hin und da musst du hin und der kann dann erstmal da hin. Ach so, der fehlt noch. Warte. Genau, dann kann er sich erstmal auffüllen. Einmal noch. Genau, jetzt haben wir das Ding schon mal grün. Das bedeutet, äh, äh. So, stopp. Wir machen da mal Pause. Und jetzt kannst du eigentlich den hier hin tun, den da teleportieren. Der ist total egal und der ist total egal. Ach, kacke. Ich Idiot. Da müsste es andersrum sein. Oh, Gott. Okay, komm. Warte, warte, warte. Stopp. Ah, da bin ich aufgepasst gerade. Kacke. So, hier nochmal. Wo ist denn das Ding gerade? Ach so, der fängt eh wieder von vorne an dann, ne? Hä? Wie habe ich das denn eben gemacht? Moment. Der ist ja jetzt in diesem Loop drin, oder nicht? Hä? Nee, das ist Quatsch. Ach, ich honk. Vielleicht so? Nein. Hä? Das ging doch erst auch. Warte mal, wir sind jetzt hier in diesem Loop drin. Dann fang doch mal von vorne an, bitte. Genau, ich stehe da oben. So, wir wollen das Ding hier lupen. Das heißt, da geht's rüber und du musst jetzt erstmal da unten rein. Stopp. Dann tauschen wir den mit dem. Genau, dann füllen wir das Ding nochmal auf. Oh, Gott. Ich bin langsam echt durch. Das Spiel macht dann fertig. Okay. So. Jetzt sind wir im Prinzip hier. Aber ich würde ganz gerne... Ja, jetzt ist die Frage. Äh. Wir müssten ja hier wieder rauskommen. Im Endeffekt. Aber wir müssen ja auch wieder da rüber. Hä? Hier wollen wir gar nicht mehr hin. Also, warte mal. Der geht jetzt hier rüber. Wird dann hier rüber geportet. Ah. Warte, warte, warte. Jawohl, Jackpot. Und brauche mehr Zeit. Aha. Erstelle Geschwindigkeit mal 10, ja, lol. Und jetzt? Lol. Erstelle neues Maskottchen. Das ist doch viel cooler als der andere hässliche Typ. Hier ist noch irgendwas. Mach langsam. Ah, guck mal hier. Oh Gott. Das wird immer schlimmer. Also, jetzt warte mal. C-Daten größer als 99. Das ist anscheinend schon gegeben. Genau, da haben wir 100. Gleich haben wir da aber 0. Unvermeidlich. Okay, warte. Äh, wir wollen alle größer, größer, größer. Wir wollen alle über 99 haben. Also alle mindestens 100. Okay. Äh, das bedeutet wir brauchen da wieder einen Loop und der beginnt vermutlich... Oh Gott. Hä? Wie kriegen wir... Achso. Ah ne, hier ist ja... Oh Gott, hier ist ja minus 5. Hä? Wie kriegen wir denn... B-Daten... größer als 99. Achso. Aber das ist doch jetzt ein Infinite Loop dann. Das funktioniert doch gar nicht. Und wo ist eigentlich... Ach, da ist C-Daten. Okay. Ach so. Das bedeutet... Ach, okay. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall erstmal die A-Daten voll machen. Dann können wir weiter. Genau. B-Daten bleibt ja mal gleich durch den Loop hier. Jetzt haben wir 100. Ich mach mal ein bisschen mehr, falls da irgendwo noch mal was verlieren sollte. aber das glaube ich nicht. Nur zur Sicherheit. So, 150 haben wir jetzt. Dann... müssten... wir... Genau, jetzt haben wir hier die A-Daten. Das heißt, jetzt können wir... die B-Daten ver... grössern. Ne, warte mal. Der loopt hier durch. Geht da hin. Geht da hin. Doch, wir können jetzt die B-Daten machen. Genau. Oh Gott, ey. Ich bin nach diesem Spiel so brainfucked, glaube ich. Ja, genau. Jetzt kriegen wir die B-Daten. Okay. So, 100 haben wir. Jetzt müssen wir aufpassen. Stopp. Warte mal, warte mal, warte mal. Genau, jetzt könnten wir hier den Loop... Ah, warte mal. Der muss so einen Schritt weiter. Zack. Genau, und jetzt... Oh, warte mal. Macht der jetzt diesen Schritt? Oder geht er da durch? Äh... Oh Gott, ich glaube, wir haben es verkackt, oder? Ja. Okay, das heißt, er geht nochmal rüber. Das heißt... Ah... Genau, jetzt können wir C-Daten erhöhen. Oh Mann, Alter. Exakt. Und jetzt müssten wir... ...einfach hier rüber porten. Oh Gott, Alter. Also das war jetzt echt schon... lol, knifflig. Farbe. Es ist noch nicht fertig. Guck nicht. Hier ist Farbe im Spiel. Lol. Hallo. Ist sogar Open World jetzt. Cool. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ah, der Typ ist cool. Der ist sympathisch. Kann ich irgendwas machen? Nee. Oh, was ist das denn? Hier ist Farbe drinne. Krass. Aber da steht irgendwie auf dem Kopf das Ganze. Okay. Sieht nicht so gesund aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Beim besten Willen. Vielleicht müssen wir auch irgendwo nach oben. Da ist er wieder. Lol, was ist hier denn? XP-Strand. Alter Falter. Das ist so kaputt das Spiel, ey. Ponyhügel. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hier weiter muss. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Oh. Da ging es nicht weiter, ne? Nee. Okay, dann gehen wir wieder nach unten. Oh. Ja, okay, warte. Dann sollen wir wahrscheinlich irgendwo in diesem Bereich hier bleiben. Kann das sein? Ja, hier ist wieder dieser farbige Baum und da ist der Typ wieder. Aber was soll ich hier tun? Im Ponyhügel waren wir gerade. Ich gehe nochmal nach Süden. Das ist so kaputt, ey. Vielleicht folgen wir einfach mal diesen farbigen Objekten. Ja gut. Äh, Moment. Hier, ah, hier kommt auch noch was. Wüste der Sünden. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, was ist denn das hier? Höhlen der Wahrheit, aber auch da kann er nichts tun. Hauptsache, er hat halt Open World da eingebaut, ey. Oh man, das ist so kaputt. Ah! Lol, was bist du denn? Ein Sterblicher. Wo bin ich? Ah ja, ich erinnere mich. Ich wurde erstellt, um die Kerndatei zu beschützen, natürlich. Aber das ist keine Kerndatei. Asmodeus oder Asmodeus. Er hat meinen Platz als Hüter eingenommen. Sterblicher. Solltest du Asmodeus auf deinen Reisen begegnen, sage ihm meinen Namen. Bühr. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Buer. Ist notiert. Und er wird wissen, dass ich noch da draußen bin. Okay. Und er wird wissen, dass die Rache naht. Nimm dies als Bezahlung. Buh. Ach, wieder ein Ticket. Okay. Das ist so kaputt. Oh. Hier kommen wir nicht weiter. Hauptsache auch in der letzten Ecke von dieser verdammten Map ist so ein Typ. Einfach nur bescheuert. Good. Good. Good.